Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zum neuen Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2021 mit den Predictions. Let's go, heute 20.30 Uhr, FSV Mainz 05, spielt gegen FC Augsburg 2 zu 2, entschieden, dann morgen um 15.30 Uhr, Entschuldigung, RB Leipzig gegen Reuter Fürth, das gewinnt Leipzig 2 zu 0. Dann FC Bayern München, spielt gegen TSG 1899-Hoffnern 3 zu 0 für Bayern. Dann Arminia Bielefeld holt einen Punkt gegen Borussia Dortmund zu Hause mit einem 2 zu 2. Dann VfL Salzburg spielt gegen FC Freiburg 1 zu 1. Dann das Topspiel live auf Sky, Hertha BSC Berlin gegen Borussia Mönchengladbach und das Ganze geht 2 zu 4 aus für die Gladbacher. Und Sonntag um 15.30 Uhr, ersten Hälfte Köln, gewinnt knapp gegen Bayern 04, Leverkusen 3 zu 2. Dann 17.30 Uhr, VfB Stuttgart gegen ersten Hälfte Union Berlin 1 zu 2 für die Küpenicker. Und um 19.30 Uhr, VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt, das gewinnen die Frankfurter 0 zu 1. So, das war's vom neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison mit dem Kutikchen 21 zu 1. So, das ist ein leichter lassen, aber da gut kickt. So, das ist ein leichter horn.